Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Auf meinem Kanal geht es um das Thema Diabetes Typ 1 und falls du selber Diabetes hast oder Menschen kennst, die Diabetes haben, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen und wenn du diesen Kanal weiter empfiehlst. Kurz zu mir, mein Name ist Nils und ich habe seit über 9 Jahren Diabetes Typ 1. In meinem ersten Video auf diesem Kanal soll es um das Thema Ernährung gehen, genauer gesagt um das Thema Kohlenhydrate. Zu den drei Hauptbestandteilen unserer Nahrung gehören die Proteine, die Fette und die Kohlenhydrate. Und während wir Proteine und Fette weitestgehend problemlos verstoffwechseln können, sind es insbesondere die Kohlenhydrate, die uns Diabetikern das Leben ein bisschen schwerer machen. Denn es sind die Kohlenhydrate, die unseren Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. In diesem Video dabei helfen zu verstehen, was Kohlenhydrate eigentlich sind, damit du besser abschätzen kannst, in welchen Nahrungsmitteln sie enthalten sind. Denn es ist immer besser Dinge wirklich zu verstehen, als bloß auswendig zu lernen. Denn stell dir vor, du müsstest von tausenden Nahrungsmitteln genau auswendig lernen, welche Kohlenhydrate in welchen Mengen vorhanden sind. Und mit diesem Video möchte ich dir dabei helfen, dass du ein besseres Verständnis von dieser Thematik entwickelst. Am Ende des Videos werde ich noch ein paar Dinge zum Thema Motivation sagen. Dran deinem lohnt sich, legen wir los. Zu Beginn also die Frage, was Kohlenhydrate jetzt eigentlich sind. Und ich halte es für angebracht zu Beginn, darauf hinzuweisen oder zu verdeutlichen, dass Kohlenhydrate erstmal nichts Böses sind. Sie gehören, wie ich finde, selbstverständlich zu unserer Ernährung. Für uns Diabetiker ist es eben halt nur von großer Bedeutung, dass wir genau wissen, wie wir mit diesen Kohlenhydraten richtig umzugehen haben. Denn meiner Meinung nach ist sogar eigentlich das Gegenteil der Fall. Kohlenhydrate sind etwas sehr Gutes. Kohlenhydrate sind eine unheimlich gute Energiequelle. Und Grundbaustein dieser Kohlenhydrate ist die Glucose. Und wenn man sich einmal anschaut, wie in der Natur diese Glucose entsteht, ist das schon ziemlich faszinierend meiner Meinung nach. Denn Pflanzen können nur mit Hilfe von Lichtenergie aus einem Bestandteil der Luft und Wasser diese Glucose selber herstellen und nutzen diese dann, um im Folgenden weitere komplexe Kohlenhydrate aufzubauen, die wir dann als zweifach oder mehrfach sogar bezeichnen. Ich selbst bin Agrarwissenschaftler und könnte jetzt Stunden über dieses Thema sprechen, aber das lassen wir an dieser Stelle lieber. Ich halte es aber dennoch für so wichtig, dass man zumindest die großen Gruppen von verschiedenen Kohlenhydraten miteinander bespricht. Denn das ist durchaus von Relevanz für unseren Diabetes, denn verschiedene Kohlenhydrate wirken unterschiedlich schnell im Körper. Und eine große Gruppe dieser Kohlenhydrate sind die Einfachzucker. Das habe ich Ihnen gerade schon angesprochen, dass das die Grundbausteine sind von Kohlenhydraten. Und davon gibt es zwei Vertreter. Das ist einerseits die eben besprochene Glucose. Die kennt man im Handel aber auch als Traubenzucker. Und der andere wichtige Vertreter ist die Fruktose. Das ist der Fruchtzucker, die dem Obst seine typische Süße verleiht. Steckt in Äpfeln und in Birnen, Beeren, sämtlichen Obstsorten als Süßungsmittel. Eine weitere wirklich sehr wichtige Gruppe sind die Zweifachzucker. Und sie bestehen im Wesentlichen aus zwei miteinander verknüpften Einfachzuckern, die ich eben beschrieben habe. Und hierzu gehört auch der ganz große typische Vertreter von Zuckermitteln. Unser Haushaltszucker, der nichts anderes ist als Glucose und Fruktose, die miteinander verknüpft sind. Und Haushaltszucker ist überall drin, wo es süß schmeckt. In Cola, in Süßigkeiten, in Gebäck, aber auch in Soßen, in Ketchup und Fettigprodukten. Also auch versteckt. Und das sollte man wissen, wenn man Diabetes hat, damit man diese Zucker eben halt mit abdeckt bei der Insulingabe. Ein anderes Beispiel aus der Pflanzenwelt ist dann die Zellobiose, die nichts anderes ist als Glucose, die mit Glucose verknüpft ist. Und sie ist der Grundbaustein von Pflanzenzellen. Und das ist zum Beispiel in Papier drin. Oder das verwenden wir als Futter für Rinder. Die können das aufspalten, was wir nicht können. Und zu guter Letzt dann noch die Gruppe der Mehrfachzucker. Dabei handelt es sich um ganz viele verknüpfte Einfachzucker. Und die Pflanzen bilden eben halt diese Kohlenhydrate, diese komplexen Kohlenhydrate in ihrem Organismus. Sodass eben halt Kohlenhydrate entstehen, wie zum Beispiel die Amylose oder das Amylipektin und viele weitere Kohlenhydrat-Sorten, sage ich mal. Und das hat jetzt für unsere Ernährung folgende Relevanz, gerade jetzt mit Diabetes, dass wir einfach wissen müssen, dass Mehrfachzucker immer grundsätzlich langsamer den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen, wie das eben halt im Vergleich zu den eben halt Zweifach- oder Einfachzuckern der Fall ist. Das werdet ihr auch schon gemerkt haben. Davon bin ich, also da bin ich mir wirklich sicher. Und diese Mehrfachzucker sind eben halt in vielen kohlenhydratreichen Nahrungsmittelninhalten wie Kartoffeln. Ja, und dann in allen Formen und Varianten als Pellkartoffeln, Fritten, Kroketten, Bratkartoffeln und Chips. Reis ist auch noch eben halt interessant. Als Beilage, Sushi kommt das eben halt, wird es verwendet und in Reiswaffeln. Und das Getreide noch zu guter Letzt eben halt, das ist auch im Alltag sehr präsent. In Brot, in Pizzateich, in Nudeln, Kuchen und Kekse. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch die Lösung des Rätsels präsentieren, sage ich mal, wie jetzt die Kohlenhydrate zu ihrem Namen gekommen sind. Und dahinter steckt eigentlich im Wesentlichen nur Folgendes, nämlich immer dann, wenn die Pflanze jetzt zwei von diesen Einfachzuckern miteinander verknüpft hat, ist dafür eine ganz spezifische chemische Reaktion nötig. Ja, und der Name der Kohlenhydrate beschreibt eben halt, was bei dieser Reaktion passiert. Was mir jetzt einfach nur wichtig ist jetzt am Ende, dass ihr versteht, dass überall dort, wenn ihr lest Kohlenhydrate, dass damit gemeint ist, dass da zwei Zucker miteinander verknüpft sind und dass diese im Laufe der Verdauung sowieso eben halt aufgespalten werden und immer zu der Glucose zurückgeführt werden. Ja, und das euch da einfach nicht in die Irre führen lässt, denn für euch ist die Menge der Kohlenhydrate interessant, weil sowieso alles zur Glucose kommt und die Glucose es ist, die euren Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Ja, deswegen lasst euch da nicht in die Irre führen, gerade eben halt bei diesen Nährwertangaben, hinten jetzt zum Beispiel auf Nahrungsmitteln, da steht ja oft drauf, Menge der Kohlenhydrate, ja, davon Zucker. Das ist meiner Meinung nach eben halt total irreführend, weil eben halt sowieso alles zur Ebene des Einfachzuckers abgespalten wird und für euch ist wirklich relevant, was hinten drauf steht, wie viele Kohlenhydrate pro 100 Gramm drin sind und damit müsst ihr dann eben halt rechnen. Aber am Ende noch eins versetzte zum Thema Motivation, denn ich würde dir dringend empfehlen, dass der Diabetes jetzt nicht der einzige Grund ist, warum du dich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt, sondern siehst du als Gelegenheit oder als Chance, allgemein positiv auf deine Gesundheit einwirken zu können. Denn so wirst du weitere, ganz andere Krankheiten vermeiden können. Ich hoffe, dass ich dir mit dem Video ein bisschen weiterhelfen konnte. Würde mich freuen, wenn ich dich zu weiteren Videos begrüßen dürfte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut, bis dahin. Da Nils.